Kreta ist bekannt für die karibischen Strände mit glasklarem Wasser und für seine Berge im Hinterland. Untertitelung des ZDF, 2020 Insgesamt stehen auf Kreta mehr als 30 Millionen Olivenbäume und es wird geschätzt, dass sich dort sogar der älteste Olivenbaum der Welt befindet. Er soll zwischen 3 bis 5.000 Jahre alt sein. Er soll zwischen 3 bis 5.000 Jahre alt sein. Er soll aber so weit. Er soll zwischen 3 bis 5.000 Jahre alt sein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war sehr schön auf Kreta. Wir haben leider nicht alles gesehen. Ich hoffe, dass ich die Insel bald wieder besuchen kann.